Ich blende den Vorschau-Bereich hier mal wieder aus und widme mich wieder meinen Clips. Ich lasse mal wieder alle Arten von Clips anzeigen. In meinem Beispiel hatte ich ja jetzt alle Clips aus diesem Ordner in meiner Mink-Bibliothek registriert. Wenn ich nun einige der Clips aus dieser Mink-Datenbank entfernen möchte, dann geht das relativ einfach. Und zwar kann ich einen Clip, beispielsweise jetzt hier dieses Standbild, aus der Bibliothek entfernen, indem ich es zuerst in den Papierkorb verschiebe. Das geht entweder per Drag & Drop oder auch per Rechtsklick auf ein Bild. Und da finde ich ebenfalls die Funktion in Papierkorb verschieben. Und da wird mir auch angezeigt, mit der Entfernen-Taste kann ich den Clip ebenfalls in den Papierkorb verschieben. Schauen wir uns mal an, welche Clips jetzt im Papierkorb liegen, indem ich hier in der Bibliothek den Papierkorb mit der linken Maustaste anwähle. Da werden mir jetzt diese beiden Clips angezeigt. Das ist momentan der Inhalt meines Papierkorbs. Und wenn ich nun einen der Clips im Papierkorb mit der rechten Maustaste anwähle, dann gibt es dort im Kontextmenü die Funktion aus Bibliothek entfernen und aber auch die Funktion Datei löschen. Und da gibt es einen wichtigen Unterschied. Würde ich jetzt hier tatsächlich sagen Datei löschen, dann würde nicht nur der Eintrag aus der Mink-Bibliothek entfernt, sondern es würde tatsächlich die Datei an ihrem ursprünglichen Speicherort gelöscht und wäre damit unwiederbringlich verloren. In vielen Fällen möchte man tatsächlich nur Clips von der Verwaltung aus der Mink-Datenbank löschen. Und in dem Fall würde ich eben einfach nur anwählen Aus Bibliothek entfernen. Wenn ich das für alle Clips durchführen möchte, die momentan im Papierkorb liegen, dann kann ich einfach alle Clips im Papierkorb markieren, indem ich die Taste STRG-A drücke. Dann werden alle Clips hier im Papierkorb ausgewählt. Dann Rechtsklick auf einen der beteiligten Clips und Auswählen Aus Papierkorb entfernen. Anschließend, das hat man hier oben auch gesehen, wird die Zahl in dieser eckigen Klammer entsprechend verringert. Im Moment sind also nur noch 475 Clips hier in meiner Mink-Datenbank zur Verwaltung registriert. Die Originaldateien sind aber jetzt bei der Methode natürlich erhalten geblieben. Sollte ich mal einen Clip versehentlich in den Papierkorb gelegt haben, dann kann ich ihn natürlich auch wieder aus dem Papierkorb entfernen, Rechtsklick und dann Anwählen wiederherstellen. Dann wird der Clip wieder seinem ursprünglichen Datenbankort zugeordnet und aus dem Papierkorb entfernt.